Dave ist technischer Leiter in einem Produktionsbetrieb, der Wonderware Software bei Aviva nutzt. Er steht unter großem Druck, da er fortwährend die Prozesse und die Herstellung über das HMI überwachen und verwalten muss. Zudem muss er sicherstellen, dass es hier keine Ausfallzeiten gibt. Denn es ist klar, wenn es um Daves kritische Werksanwendungen geht, können sogar kurze Ausfallzeiten zum falschen Zeitpunkt katastrophal sein. Es kann Produktionsausfälle geben oder es ist gar keine Produktion möglich. Alle Daten gehen verloren oder werden beschädigt. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen oder Regeln und möglicherweise ein beschädigter Ruf sind die Folge. Heutzutage werden viele virtualisierte Anwendungen auf einem einzigen Server ausgeführt, sodass hier das höchste Verfügbarkeitsniveau absolut erforderlich ist. Herkömmliche Industrie-PCs bieten jedoch weder Ausfallsicherheit noch integrierte Virtualisierung. Der Verlust von Daten stellt damit ein Risiko dar und sie bringen auch nicht die Leistung, die Dave benötigt. Andere Methoden, wie zum Beispiel Server-Cluster, sind kostenintensiv und komplex und erfordern ein hohes Maß an IT-Know-how. Zum Glück für Dave bietet Stratus als zertifizierter Wonderware-by-Aviva-Partner eine Vielzahl an Server-Plattformen an. Einschließlich ZTC Edge, ein System, das speziell für Industrieumgebungen entwickelt wurde. ZTC Edge ist auch der Hitze, dem Staub und den Vibrationen in Daves Betrieb gewachsen. Mit der integrierten Ausfallsicherheit, Virtualisierung und Remote-Überwachung rund um die Uhr sind die wichtigsten Anwendungen des Betriebs von Dave ganz unkompliziert und kosteneffizient vor Ausfallzeiten aufgrund von Hardware-Fehlern geschützt. ZTC Edge kann in weniger als 30 Minuten eingerichtet werden. Für Dave ist es daher einfach, die Anwendungen zu verwalten und zu warten. Besondere IT-Fachkenntnisse werden auch nicht mehr benötigt. Dank Stratus können das Betriebspersonal oder Ingenieure wie Dave viel effizienter und effektiver als zuvor arbeiten. Ausfallzeiten in Bezug auf Prozesse oder Herstellung gibt es nicht mehr. Der Betrieb profitiert stattdessen von der signifikant gesteigerten Produktivität.